Ich erinnere mich noch ganz genau, als ich mein erstes Konto bekommen habe bei Raiffeisen und als Willkommensgeschenk einen Rucksack erhalten habe. Den Schulrucksack brauche ich nicht mehr, aber bei der Stadtbank bin ich immer noch gerne. Ich bin ein Stadtmensch, weil ich gerne unter Leuten bin und einem so viel geboten wird, dass es mir nie langweilig werden kann.